Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Tanks. Ich sitze hier mal wieder in meinem schwedischen Premium S1 TD und mit mir dabei im Objekt 252U der Juma. Moin. Moin, moin. Und im Pershing der Svega. Moin. Moin. So, wo fahre ich hin? Hier nicht. Svega, will das nicht gerade alleine da hochfahren? Nee, mit den anderen fahre ich da hoch. Wieso? Alles klar. Wird dazu aufgerufen, alle leichten und mediums da hoch. Ich dachte, ich folge dem Ruf mal. Okay. Gut, wenn sich das hier so weiter aufspielt, dann drehe ich wieder um. Oh, eine Seitenstraße. Ich bieg ab. Ein Tiger, sei ja verrückt. Der ist doch extra für mich da. Der ging voll durch ihre Panzer rum. Der ging voll durch ihre Panzer rum. Okay, ich fährt hier nix. Damit wir gar nicht weit genug runter. Oha, die wollen aber zum Käpf hier von uns, wa? Den R-100 schon gesehen? Okay, da ist er. Das sah eben so aus, als wenn ich da oben rüberschießen könnte. Oh, da ist der R-100. Nehmen wir um und fahren mal Richtung Cap, ne? Ja, eben sah das noch so aus. Nein, eigentlich sah das nicht so aus. In welcher Ton guckt der E-100? Keine Ahnung. Wie sollen wir dir das sagen? Ich dachte, ihr könnt alles sehen und wissen und so. Wir leben noch. Drehen die jetzt alle um? Leid. 131 Schaden hat. 152 Schaden hat. 501 Schaden hat. Da ist er. Oh Mann. Bewegt sich, äh, der Feind? Macht's mir nicht leicht. Den TVP kriegst du? Ja. Gut. War hier hinten oben. Silke, zieh dich zurück. Kann ich nicht. Das ist auch einmal um die Ecke und... ne? Ist nicht. Ausgeschaltet. Oh, so... Der Wild war da. Ja, war an sich auch ne ganz nette Runde irgendwie, ne? Mhm. Eine nette, teure Runde. Oh, echt mit Gold? Ja, natürlich. Ja, 100. Stimmt. Ja, aber wir waren nicht unwichtig. Also ist es ne gute Runde. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.